Jo Leute, willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves Und ich würde sagen, machen wir weiter Ähm, oh, sieht ja schön aus Okay Ach komm, wenn ich dich einmal kennen will, dann bist du nicht da, oder was? Okay, ähm, tut mir leid, ich bin noch ein bisschen erkältet, Leute So Ich wurde fast entdeckt, glaube ich So, da sind zwei Das wird wohl schwierig Okay, wenn der da oben nicht guckt Dann Also wenn der da weggeht Dann kann ich es nochmal versuchen Okay Einer hat mich fast entdeckt, glaube ich Hey, da ist jemand tot Schick deinen rüber Damit ich ihn umbringen kann Eine Granate würde regeln So Dreh ich mal um Okay, das ist ein Defender So Ich glaube, das würde ich sogar schaffen Okay So Hier Genau In der Mitte Ich sag nur doch, Bürgerkrieg Noch einmal Okay, beide sind jetzt tot Und einer weiß, wo ich bin Gut Wir sind ja im Bürgerkrieg Alles ist erlaubt Okay Würde ich auch meinen So, komm her Ich bin Headshot So Oh Mist Ich hab's verstanden Kommt her So 20 Kopfschüsse Da kommt noch jemand Okay Den muss man Nahkampf besiegen Das habe ich von Uncharted 3 gelernt Ah, Moment mal Ach komm So Da kommt man her Was Was Ich bin bei Uncharted 3 Ging es Ach komm So Okay Ähm Oh Mist Oh Mann Komm her Wenigst einer ist tot What a Gangster So Komm her Headshot Wäre Am besten So Komm her Hallo Okay Jetzt nehme ich Zielfernrohr Ich denke nicht Dass ich nicht Zielen kann Aber Eins wird schwer Und zwar Ihr wisst schon Das mit dem Granaten Granaten Äh Granaten So Oh Mann Guten Tag Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Okay So Dann kurz Mal ein bisschen Snipen So Oh Mann Schnelle Deckung Einmal nachladen Wie du deine Granate wirfst Das ist unrealistisch Das ist unrealistisch Ja na gut So Guten Tag Headshot Moment Kämpfen die Gorillas Auch noch Gegen uns Das wäre Ein bisschen blöd Aber mit uns Wir am besten So Kopfschutzexperte Noch eine Trophäe Gut Äh Die Waffe Ich bräuchte Munition Oh ja Okay Das ist schon mal gut Moskaliber Nee Nee Fall ist immer noch am besten Und ich bräuchte Granaten Okay Ich brauch den Schild Ich brauch den Schild Genau das brauch ich Hey So Ich hab's verstanden Hopp mal ab Obwohl Moment mal Ich weiß was ich machen würde Oh man zu früh Erstmal der dort hinten Okay dann dich mal Okay das war schön So er ist tot Und Was soll das denn Da würde ich sagen Bis gleich Warum muss ich dir Eigentlich ständig Deinen Arsch retten Naja Weil er es einfach Wert ist Oh Hast du da etwa Einen antiken Tibetischen Ritualdolch In der Tasche Vielleicht freu ich mich Ja nur dich zu sehen Ja hallo Und das Ist also der Schlüssel Ja genau Marco Polos Ticket nach Shambhala Was machen wir damit Ich hab keinen blassen Schimmer Leider Aber ohne das Ding Kommt Lazariewicz nicht weit An deiner Stelle Würde ich ihn lieber Nicht unterschätzen Er und Flynn Haben diese Stadt Überrollt Und bestimmt schon Dutzende Tempel Platt gemacht Also was machen wir jetzt Nate Ich hasse es Wenn du das machst Sieh doch mal Das Symbol hier Ja Sieh darauf Okay sieht ziemlich ähnlich aus Und was bedeutet das Dass wir wissen Woher Marco Polo Den nächsten Hinweis hatte Der Tempel den wir suchen Müsste genau dieses Zeichen tragen Jetzt müssen wir ihn nur Noch finden Ist dir eigentlich klar Dass es hier in dieser Stadt Hunderte von diesen Tempeln gibt Ja Aber wenn wir das Gebiet Von oben betrachten Könnten wir die Nadel Im Heuhofen finden Genau Ganz in der Nähe Ist ein Hotel Chloe Alles zu seiner Zeit Es ist einfach nur Das mit Abstand Höchste Gebäude der Stadt Ja Gut Ja okay Ist ähm Eine gute Idee Na dann komm Jep Ja gut Gehen wir mal Und Ich glaube ich brauche Den Schutzschild nicht Ach und da waren wir Gerade drinnen Ich brauche ein paar Granaten Granatas So ähm Das bringt nichts Sie ist verschlossen Warte hier Ich suche einen anderen Weg Und wie Ich sehe schon Da ist ein Balken Da muss ich hoch Ah okay Das ist ein Balkon Und Okay da muss ich hin Ich sehe schon Ich muss eigentlich nur noch Hier hoch Hallo Nein Hm schade Ne warte ich muss Da hoch Ähm Keine Tipps Keine Tipps Ich muss da hoch Ah okay Ich hab's verstanden Ne doch nicht Ähm Ich muss hier hoch Klettern Dann auch dort Im Borgstein Ich muss irgendwie Da hoch Hm Wie komm ich da hoch Vielleicht einfach da hoch Also Könnte ja sein Genau Hier ist ne Leiter So was ist denn hier Munition Granaten Ne Most brauche ich nicht Ähm Ja gut Ähm Wo muss ich denn lang Ach komm Das war knapp Moment Das Spiel ist ja blind Für mich Also blind Ja das Genau Fall runter Hm Hm Interessant Wie komm ich Chloe hast du ne Idee Ich möchte ja nicht bei den Tipps reingucken Weil das dann Naja Eine Trophäe Weg sich hat Sagen wir es mal so Leute Ich bin Trophäen Hunter Und Ich mag's nicht Wenn ein Trophäe weniger wird Also Hart verdient Und dann auf einmal Ne Ah okay Rausgefunden So das übersieht man leicht Ach komm Okay nochmal Und Und Hopp Und jetzt hier Eigentlich das nicht so ein Schadet Eins Äh Ist Dass naja Man punktgenau Ziehen muss Wo man Eigentlich ist Moment Ach komm Also wo man Eigentlich springen muss Und Ah Was muss ich jetzt Gucken Ach komm Nathan Hey Ich kann von dir das Hotel sehen Okay So jetzt muss ich Hier nur noch abspringen Das war dumm Das war die Dümmste Aktion Die ich je getan habe Okay Moment Immer noch Weiter Geht's Tut mir leid Leute Aber wir machen Sofort weiter Hoffentlich weiß ich die Lösung Ja schön Ähm Hast du vielleicht eine Lösung Wie ich Ach Bin ich dumm Man muss immer genauer betrachten Alles Oh Und Top Tut deine Hände nicht weh Nathan So Die Tür geht gleich auf Madam Und da brennt's Toll So Oh man Ja Oh Noch einmal eine Granate Äh gleich Und Headshot So Ähm Ich werfe eine Granate auf dich Ist doch okay oder Schön oder Wenn ich runterkomme Dann kannst du dein blaues Wunder Erleben Wo bin ich jetzt gestorben Woran bin ich jetzt gestorben So Und So jetzt müssen eigentlich Alle sterben Genau Jetzt kommen die So den einen Erledige ich so Tschüss Von wo noch Ach von da hinten Auch noch So Tschüss Und So ein paar Granaten Ach genau Jetzt kommen wir her Ich brauche nur deine Hilfe So ein Headshot So Moment Haben wir ein paar Granaten Hoffentlich schon Denn Moment Headshot Ach die sind alle schon tot Okay Ein paar Granaten Munition Schöne Sache Und Was ist das Was ist das Achso Das war nur ein Grafik Äh Bug Genau Meine Meinung Oh Munition Ach komm Du weißt ganz genau Dass du sterben wirst Trotzdem willst du mich Erledigen Ah Du bist einfach nur zu schlecht Ja klar Hilf ich dir Welche Leiter denn Ach die So dann hoch mit dir Oh man Viel zu schön Um sich drauf zu setzen Hä Was meinst du Hoch mit uns Und Oh die Leiche Okay So Gucken wir mal Was hier so los ist Ach da wo es Gebrannt hat Nee Die Waffe gefällt mir Besser Aber guck mir Wie viel Schuss Obwohl Das kann schon Hilfreich sein Ach Okay Noch eine Granate Brauchen wir nicht Und halten Oh man Oh man Okay Augenblick Gute manieren was Hm Gut Oh Was ist das denn Gucken wir mal Ein paar Tauben Mehr Aber auch nicht Schon Kapitel 6 Wunschkonzert Hm Hilf mir mal Dem Widerstand Würde ich meinen Oh Dann würde ich sagen Bis gleich Das gefällt mir gar nicht Ach nein Nein wir sollten uns vielleicht Einen anderen Weg zum Hotel suchen Und um diese Typen einen Bogen machen Hey weißt du überhaupt wie man mit sowas umgeht Na sicher doch Ich schleich mich um sie herum Und springe ihre Party Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja da kommst du ins Spiel Um den musst du dich kümmern Aber Mach es leise Ach so Leise Hm Und du bist sicher das klappt? Tja Das ist eben kein Wunschkonzert Was heißt denn das schon wieder? Gut Machen wir das mal Oh man Und Versteckt bleiben So Und Weg mit dir Laufen zu schießen Ah Das habe ich ja gerade vergessen Oh ich nehme die AK Ich nehme die AK gleich Obwohl ein paar Hedgeards So Und für die nächsten Und Guten Tag Hedgeards Die nächsten Oh Da kommen auch die nächsten Oh Mist Oh Moment Könne ich das nicht? So Ich helfe euch mal Ach Toll Ich bin fast tot Gucken wir mal Wo die meisten Gegner sind Okay Einer ist tot Die fallen wieder Obwohl Dann nehme ich lieber das So Und dann geht's weiter So was habe ich auch bei Uncharted 3 immer gemacht Und das klappt immer wieder Wirklich immer wieder Hinzu sterben Einmal anhitten Und töten Das klappt Wirklich immer So Ein bisschen Muni nehmen So Ich glaube das würde ich auch immer so machen Damit wir es doch endlich schaffen Wo Oh nein Das wird es nicht geben Denn Wir machen im nächsten Part weiter Also Leute bis dann Tschüss